hallo und herzlich willkommen liebe freundlichen master von nirgames und wir spielen weiter jedi survivor so wir haben uns jetzt hier oben auf den berg und ja der liebe prospektor man hier hat uns davor gewarnt dahin zu gehen aber wir lassen uns davon nicht nicht platt machen machen einfach unser ding was ist das denn für ein teil hier wie heißt du junge für einen guten kroll muss ich deinen namen wissen ich bin kerl das ist bd1 meine kleine alte mama hat die scuba steph genannt ich bin scuba der fischer im paloon saloon gibt es einen fischtank der etwas aufmerksamkeit vertragen könnte dieses wasserloch voller landraten unten im tal gut gut da ist meine frage ich mache es wir treffen uns im saloon und ich sehe mir diesen sogenannten tank mal an ok so wir kommen auf die map die maps wir müssen da lang und da lang und da lang können aber tatsächlich noch mal versucht hier rein zu gehen ich habe keine ahnung was das sein wird was und was hast du gefunden fracht aufzug ok ich glaube bedienen können wir den nicht ich vermute der ist er sieht nicht so gesund aus aber immer so kann den lift hier nicht benutzen welch eine erkenntnis ok ich sehe auf jeden fall wir hier ist etwas so ähm ich komme da hoch frage ist wo komme ich mit dem vogel hin wenn ich da diesen weg einschlagen ich weiß nicht keine ahnung das ist immer so die frage frage über frage so ich würde sagen wir gehen hier entlang das sieht mir mal sehen was da vor uns liegt kompel bergaufstieg ok das wird sich gut an ok da sind ja das war's mit dir du vogel sicherheitsdruiden ach ja mehr meditationspunkt zeigen wir einen moment an dann wollen wir das mal hier und weiter geht's tut mir leid es tut mir wirklich leid das wird nicht einfach denk an die belohnungen schärner komm schon ok ok Hahaha, warte mal, man kann die Drohnen ja jetzt kontrollieren, irgendwie. Bleib besser da drüben! Hey, du, halt! Ein Kampf nicht für Football? Seht ihr ihn? Trivialer Gegner! Der ist rausgefunden! So, jetzt habe ich mir leider erledigt. Ich wollte das mal mit der Kontrolle ausprobieren, aber... Okay. So, Kiste. Oh Mann. Da konnte man auch noch nach oben, irgendwie. Ähm... Egal. Wir gehen jetzt keine Ahnung welchen Weg. Das sind Millionen Wege gerade. Okay. Unterwegs zur Sektor... Moment, was ist das? Sieht aus wie aus den Klo und... Es greift an! Okay, jetzt auf... Alt! Was? Wie kommst du denn jetzt her? Kampffürgel hier! Oh Mann! Wahnsinn! Oh Mann! Das ist das... Kampffürgel hier! Oh Mann! rein. Das ist hier so verzweigt jetzt gerade echt. Nein! Da war ein Loch. Na danke. Oh Gott. Oh Gott. Ey. Das habe ich jetzt eigentlich nur noch eingeschwerpt. Ein Nest voller Schauderpäden. Grease wird diese Geschichte lieben. Ach ja. Kumpel. Noh, ein Unterlippenbad. Oh mein Gott. Wow. Wo bin ich denn hier angekommen? So unnötig einfach. Okay. Geh mal hier rüber. Äh. Ja, normal. Tschüss. Na komm. Kommt. So, da kann ich hingehen. Ich glaube hier kriegen wir eine Abkürzung oder sowas. Äh. Okay. Alter. krankes Ding einfach echt. Schön ist das nicht. Tschüss. So, ich überlege gerade. Soll ich da nach oben gehen? Warte mal, wenn ich da rumgehe. So, ich gehe erst mal. Warte. Äh. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Also, jetzt können wir mal hier hingehen. Okay. Okay. Wie lange das wohl schon hier war. So. Dann müssen wir tatsächlich auf die andere Seite gehen. Okay. Und dann müssen wir uns hier. Okay. Okay. So. Okay. 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 Vielleicht kann ich ihn ja ziehen. Sieht man ihn? Nein, man sieht ihn nicht mehr. So, was mit dir, Kollege? Ah, komm. Mit dem einen Typen da jetzt. Könnt ihr da nach oben nochmal gehen? Oh, die ganze Family hier von den Typen. Alter. Hier wimmelt es von Imperialen. Ich muss einfach weiterklettern. Oh mein Gott. So, also, wir machen ja Ding hier jetzt. Okay. Oder wir machen Ding hier jetzt. Was, glaube ich, deutlich easier ist, als gegen die Fischer zu kämpfen. Oh, da war was. Da war was. Stopp. War hier was? Ah, hier war nichts. Die Raiders haben dem Imperium Angst angejagt. Das könnte ziemlich hässlich werden, BD. Die Sicht ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Okay. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Meditationspunkt. Da würde ich doch tatsächlich mal sagen, gehe einmal da hin. Alles klar. Gehen wir. Gewertbank. Gerade zu behalten. So, wir können auch... Alter, was ist das? Warum? Lass den schon wieder. Ja. Ja. Eine Energieleitung. Dafür hast du nichts dabei, oder? Okay. Wo soll ich denn da jetzt hin? Äh. Da. Wo soll ich denn da hin? Äh. Da. Hm. 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 Ist das eine imperiale Fähre? Ich habe keine Ahnung, warum sie bei diesen schlechten Bedingungen geflogen sind. Willst du nachsehen? Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Tatsächlich überhaupt kein Plan, das ist so verzweigt hier jetzt gerade. Oh nein, ich finde da richtig Viecher da. So, und einer müsste noch hier sein. Und noch einer müsste hier irgendwo sein. Äh. Okay. Hier geht's raus. Oh, ein Wanderer in dieser Einsamkeit. Was machst du hier? Oben Metall, unten Nebel. Wir verstecken uns dazwischen. Du versteckst dich hier? Die Raiders sorgen zwar für Lärm, aber so leicht übertönt man das Imperium nicht. Also warten wir ab, wer letztlich am lautesten ist. Okay. Pass auf dich auf. Das gilt auch für dich. Und dich. So ein witziger Typ, ey. Go, 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 go. Ja, ist ja gut. Ein Moment. So, Malhülle, okay. Kann man hier irgendetwas machen? Toller Fund. Ja, irgendwie da nach oben vielleicht. Ich wüsste allerdings jetzt nicht, wie man hier weiterkommt soll. Ähm. Vielleicht von da oben irgendwie. Keine Ahnung. Ähm. Geh jetzt mal weiter. So, hier waren wir bei. Führt uns das irgendwie zum Ziel? Ja. Irgendwie, irgendwie schon, ja. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Ach du. Nein. Nein. Auf gar keinen Fall. Kein Bock auf den Türen. Jetzt. Okay. Er läuft so hin und her irgendwie. Bringen wir das zu Doma. Shit. Hier komme ich nicht weiter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, 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 oh. Whew. Oh ja, ist klar, Freunde. Jede Menge Sicherheitsvorkehrungen, was? Wer wollte das wohl alles unter Verschluss halten? Lauf, Shanna! Wir müssen weg! Okay, zumindest mal ist der Typ jetzt erledigt. Ich weiß nicht, ob das die gleiche war. Anscheinend müssen wir den Rest des Weges klettern. Wäre ja nichts Neues. Hm, okay. Wow. Ist er nach hinten? Krass. So, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, hier entlang zu gehen. Okay, da waren wir aber allerdings gerade. Und siehst du so das? Nee, nee, nee! Nee nee, nee! Ich habe es für das Kino! Gewesen. So, Jungs. Ziehen wir euch noch? Äh, 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 äh. Ja, sieht gar nicht so verkehrt aus hier. Ja, Sir, wie konnte das passieren? Genau das will ich herausfinden. So, warte mal vor. So, ich muss mal überlegen. Wo bist du überhaupt hin? Äh. Warte mal. Was ist denn hier? So, wenn ich da runterspringe, ich könnte da. Ja. Das ist wohl wahr, Freunde. Schieß doch. So, ich bin jetzt hier oben. Und... Zur Seite, Kumpel. Diese Bredner haben es heute schwer. Ein Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah, das willst du? Für dich, Kumpel. Was wird das? BD. Verschwinden wir! Eine Art elektrifizierbarer Pfeil? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal ein Scam machen, bevor du das Feuer eröffnest. Elektro-Pfeil freigeschaltet. Wir werden keinen seinen Pfeil abschließen und werden bestimmt noch überlebt. Okay. Okay. Der ist da runtergefallen oder was? Oh mein Gott. So, ich muss jetzt noch mal kurz überlegen, ob ich jetzt noch mal weiterkommen soll hier. BD1, wo bist du? BD1, wo bist du? BD1, wo bist du? BD1, wo? BD1, wo? Und ob ich das' ich jetzt machen soll. versuchen wir es noch mal wie soll der sein falsch schießen verstehe es nicht ja hä wofür was soll das sein ich kapiere es gar nicht ich verstehe es nicht freunde da hinschießen oder was weil er hier liegt doch so ein droide was nicht irgendetwas mit droiden hacken dann machen wir noch mal hier ändern wir den winkel ach mal ich check das hier gerade nicht okay warte mal ich glaube ich habe noch eine idee muss man vielleicht da drauf schießen okay gut dann weiter geht's zu weit zu weit zu weit zu weit warte mal da schießen wir noch mal hier da drauf keine ahnung was dann passieren wird was wo wer lasst uns hier eine pause machen okay freunde so dann würde ich auch sagen dass wir tatsächlich auch hier ja schluss machen der nächste episode geht dann weiter ich bin mir nicht sicher aber jetzt können wir das da steuern okay gut dann würde ich sagen ich glaube dann kommt dieser berg dann irgendwie in der nächste episode ja hört sich gut an in dem sinne ich danke euch hätte gerne ein abo ein like würde mich sehr darüber freuen und ja ansonsten und ja ansonsten checkt auch mein zelda tier of the kingdom let's play und die streams die jetzt wohl kommen werden oder sind schon keine ahnung muss man gucken im sinne ich danke euch haut rein und wie immer möge die macht mit euch sein